So, wir haben hier den 1 beim K65GT und jetzt gibt es eine kurze Vorstellung dieser Lampe. Sehr viel Leuchtdistanz, fast 1,7 km Rheingemers-Herstellerangabe. 6500 Räume, sehr sehr fokussiert. Und ist doch noch relativ handlich. Betrieben von 4 Stück, 18650 Akkus. Jetzt können wir die Lampe gleich einschalten. Daraufbleiben auf dem Knopf für die einzelnen Stufen. Doppelklick geht in die Turbo, wird schon sehr sehr hell hier. Knopf drückt halten, wenn die Lampe ausgeschaltet ist. Dann können wir hier in so einem Ultralow-Modus. Dann haben wir noch zusätzlich eine Sperrfunktion, wenn wir den Knopf drückt halten. Dann können wir die Lampe sperren. Dann wird noch ein paar Mal aufblinken, um den Sperrvorgang zu signalisieren. Jetzt können wir in der Sperrfunktion noch zusätzlich den Modus wechseln. Es gibt den Power-Modus und den Eco-Modus bei diesem Modell. Im Power-Modus haben wir jeweils die volle Leistung. Und im Eco-Modus sind dann diverse Leuchtstufen ein wenig reduziert mit der Hauigkeit. Wir haben jetzt hier die einzelnen Levels nicht getroffen. Aber dann finden die Angaben dann auch im Online-Shop via www.muelleraltor.ch Wir gehen jetzt kurz schnell den Moduswechsel vornehmen. Momentan müsste sie im Power-Modus sein, der diese volle Leistung gewährleistet. Jetzt einmal draufdrücken. Das war doch noch nicht so. Und genau jetzt, wie wir sehen, wird er zuerst hell und nach dunkel. Das heisst, sie hat jetzt momentan in Eco-Modus geschaltet. Wir gehen jetzt nochmals in den Power-Modus. Nochmals 10 Klicks. Und von dunkel zu hell wechseln. Das ist ganz minim so bemerkbar vorne beim Strahlen. Und jetzt ist sie wieder wieder in diesem Power-Modus. Das heisst, wir haben die volle Leistung so. Die Lampe müssen wir jetzt noch kurz entsperren, um es wieder einzuschalten. Das heisst, den Knopf drücken zu halten, ein paar Sekunden. Und genau, jetzt sind wir wieder in der Retour. Im gewöhnlichen Betrieb, hier mit der K65 GT. Sehr, sehr fokussierter Spot hier in der Mitte. Gibt eine super gute Reuchtistanz. Ihr findet weitere Videos natürlich auch noch mit den Beam-Shot-Aufnahmen, bei Nacht draussen. Und dort sieht man es dann ein bisschen besser. Aber der ist hier auch schon bereits bemerkbar. Sehr, sehr scharf abgrenzt hier der Spot in der Mitte. Die Lampe wird in Kürze im Online-Shop unter www.muelleraltor.ch publiziert. Ist bereits ein Obstrahlbart, könnt ihr euch gerne telefonisch oder per E-Mail kurz melden. Bei Interesse an diesem Modell. Weitere LED-Lampen und diverse Autoprodukte findet ihr natürlich auch im Online-Shop. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen, könnt ihr gerne den Daumen hoch drücken. Könnt ihr auch den Kanal abonnieren für weitere News. In der Zukunft wird noch diverse Lampen geben. Diverse Vorstellungen. Jetzt freue mich auf eure Nachrichten, eure Kommentare und bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.